Das erste, was man sich denkt oder zumindest denken sollte, wenn bei einer Blutuntersuchung eine hohe LDL-Cholesterin-Wert gemessen worden ist, wie kriege ich das über die Ernährung wieder runter? Mein Name ist Dr. Brie, ich bin Hausarzt und Ernährungsmediziner und begeistere mich für alles, was mit Ernährung zu tun hat. Ganz grob als Faustregel. Alles, was an reinem Fett bei Zimmertemperatur fest ist, besteht größtenteils aus gesättigten Fettsäuren. Und die gesättigten Fettsäuren erhöhen in der Regel das LDL. Also Fett im Fleisch, in der Butter, Kokosfett und auch zum Beispiel Käse. Was flüssig ist, enthält ungesättigte Fettsäuren und die können das LDL senken. Der wichtigste Vertreter der LDL senkenden Öle ist das Rapsöl. Rapsöl ist geschmacksneutral und sehr hitzeresistent. Daher eignet es sich sehr gut zum scharfen Anbraten und zum Kochen. Es senkt den LDL-Wert von den Ölen am allerstärksten. Olivenöl wirkt sich zwar kaum auf den LDL-Wert aus, erhöht aber in der Regel das gesundheitsförderliche HDL-Cholesterin. Leinöl hat in Bezug auf das LDL übrigens nur ganz geringe Effekte gezeigt. Und die gesunden Fischöle, die senken das LDL nicht. Sie erhöhen es sogar ein ganz klein wenig. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese Öle ungesund sind. Ganz im Gegenteil. Sie erfüllen nur eben andere Zwecke. Auch Avocados können den LDL-Wert effektiv senken. Sie sind sehr fettig und enthalten viele ungesättigte Fettsäuren. Insbesondere die sogenannten löslichen Fasern haben einen LDL senkenden Effekt. Man findet diese in Haferflocken, Roggen, Erbsen, Bohnen und in Flohsamenschalen. Faserstoffe und Vollkorn, das sind die komplexen Kohlenhydrate. Die ganz einfachen Kohlenhydrate, tja, das ist der Zucker. Und für Zucker gibt es Evidenz, dass er zumindest den LDL-Wert ein wenig erhöhen kann. Und statt jetzt den Käse auf die Roggenbrotstulle zu legen, pack doch mal Tomate drauf. Tomaten senken nämlich auch das LDL-Cholesterin und das ordentlich. Hier schneiden die Mandeln am allerbesten ab. Für Walnüsse und Haselnüsse und auch andere Baumnüsse gibt es auch ausreichend Evidenz, dass sie das LDL-Cholesterin senken können. Leinsamen senken im Gegensatz zum Laienöl auch ein wenig das LDL. Die pflanzlichen Proteinquellen wie Soja, Hülsenfrüchte und Nüsse können das LDL etwas senken. Käse ist proteinreich und enthält auch andere wertvolle Nährstoffe, aber hat nun mal sehr viel Fett. Die sind, wie wir eben gesehen haben, gesättigt. Dennoch auf Käse ganz verzichten würde ich nicht unbedingt. Es kommt halt immer auf die Dosis an. Milchprodukte aber wie Joghurt, Kefir, Quark scheinen gar keinen Einfluss auf das LDL zu haben. Fisch ist in Bezug auf das LDL neutral. Rotes Fleisch erhöht das LDL nur geringfügig. Auch Eier scheinen nur einen geringen oder gar keinen Einfluss zu haben. Dazu aber zum Schluss noch eine wichtige Ergänzung. Für Kurkuma scheint es wirklich Evidenz zu geben, dass es das LDL senken kann und das auch richtig stark. In den untersuchten Studien nahmen die Teilnehmer ungefähr zwei Gramm Kurkuma pro Tag zu sich. Interessanterweise scheint das nicht an dem Inhaltsstoff Kurkumin allein zu liegen. Das ist ein Polyphenol. Denn Probanden, die das Kurkumin als Nahrungsergänzung zu sich genommen hatten, die hatten diese Effekte nicht so ausgeprägt. Also vielleicht ist es nicht verkehrt, ab und zu mal Curry zu kochen. Tee enthält die sehr gesunden Katechine. Das sind ebenfalls Polyphenole. Grüner Tee scheint das LDL sehr stark senken zu können, wenn man zwei bis fünf Tassen davon pro Tag zu sich nimmt. Im schwarzen Tee, der stark fermentiert worden ist, sind nur noch wenige Katechine drin und daher senkt dieser das Cholesterin auch kaum. Beim Kaffee kommt es jetzt ganz auf die Art der Zubereitung an. Filterkaffee wirkt sich überhaupt nicht auf den LDL-Wert aus. Wohl aber der ungefilterter Kaffee. Also bitte denkt dran, French Press, türkischer oder griechischer Kaffee und auch Espresso oder Cappuccino. Denn im ungefilterten Kaffee sind Substanzen enthalten, die das LDL-Cholesterin deutlich steigern und zwar mehr als alle anderen Nahrungsmittel. Jetzt aber zu einer ganz wichtigen Einschränkung. Das LDL lässt sich nicht unter ein gewisses individuelles genetisches Minimum senken, dass wir alle mit uns tragen. Das heißt, ihr könnt noch so gesund sein und euch noch so perfekt ernähren. Manchmal kommt ihr einfach nicht auf euren Zielwert. Und wenn da jetzt Vorerkrankungen vorliegen, irgendwelche konkreten Probleme sind, die es erforderlich machen, das LDL zu senken, kommt man um die Pillen leider nicht drum rum. Ungefähr 20 Prozent der Menschen reagieren stark auf das Cholesterin in der Nahrung. Hier gilt es dann, insbesondere die cholesterinreichen Nahrungsmittel tierischen Ursprungs zu reduzieren. Für diese Menschen ist eine vegetarische Ernährung in der Tat besonders empfehlenswert. Eine Ernährung, die sich sehr günstig auf den LDL-Wert auswirkt, ist die Meterale Diät. Schaut euch doch mal das Video dazu an. Ich habe es hier in der Videobeschreibung unten verlinkt und ihr könnt auch hier draufklicken. Und wenn ihr euch für Cholesterin und die Unterschiede zwischen LDL, HDL und das fürchterliche Lipoprotein A interessiert, dann schaut euch mein Video dazu auch mal an. Auch das habe ich unten verlinkt. Also guten Appetit und bleibt gesund.